Musik Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie aber recht recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ohne allzu großen Wärme-Knaufbahn in den Schauern so bergend zu einer doch sehr kulturellen Veranstaltung kommen, und ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen, ganz besonders Herr Professor Halmbach. Ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen, ganz besonders Herr Professor Halmbach. Ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen. Ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen, ganz besonders Herr Professor Halmbach. Ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen, ganz besonders Herr Professor Halmbach. Ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen, ganz besonders Herr Professor Halmbach. Ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen, ganz besonders Herr Professor Halmbach. Ich freue mich sehr, dass Sie in Deutschland reisen, ganz besonders Herr Professor Halmbach. Vielen Dank. 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 Runde im Kampf zwischen Helmut Lukasik, Niederösterreich und Schickkaban aus Spanien. Runde im Kampf zwischen Helmut Lukasik, Niederösterreich und Schickkaban aus Spanien. Runde im Kampf zwischen Helmut Lukasik, Niederösterreich und Spanien. Runde im Kampf zwischen Helmut Lukasik, Niederösterreich und Schickkaban aus Spanien. Runde im Kampf zwischen Helmut Lukasik, Niederösterreich und Schickkaban aus Spanien. Gehen Sie die Rege, Herr Bani. Es ist voll weg. Es ist voll, Herr Bani. Keine Zeit, Herr Bani. Es ist voll, Herr Bani, Herr Bani, Herr Bani. Herr Bani, Herr Bani, Herr Bani. Herr Bani, Herr Bani, Herr Bani. Herr Bani, Herr Bani, Herr Bani, Herr Bani, Herr Bani. Von Haarhofer schreit der Einblicke in eine Scheingerichtung. Wir sind Stimmgerichter. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Oh. 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 Ja! 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 . . . ARD Text im Auftrag von Funk An Hariko Zina, für seinen Sieg, in der Herausforderung gegen Rudi Melgatsch. Nächster Pokal geht, an und für den Junior, an Helmut Lukas Dink, Niederösterreich. Wir nehmen zur nächsten Veranstaltung, weil da wissen wir ganz genau, es kann nichts passieren. Herzlichen Dank, vielleicht sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön und auf Wiederschauen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020